Hallo bei Support.net Surft. Mein Name ist Jakob. Und wer kennt das nicht? Blöde Fragen, die mit einer einfachen Google-Suche selbst zu beantworten wären und die stellt einem jemand, zum Beispiel per E-Mail. Wie reagiert man darauf? Na, irgendeine Antwort muss man ja geben. Elegant kann man das machen durch den Dienst Let me Google that for you. Und zwar muss ich einfach nur auf deren Webseite gehen und dann quasi die Google-Suche selbst ausführen. Also falls mich jemand nach dem Betriebssystem Android fragt und ich ihn ja sowieso vielleicht auf den Wikipedia-Eintrag weiterverweisen würde, kann ich jetzt hier mit Hilfe dieses Programms einen kleinen Link erzeugen und ein kleines Programm. Ich zeige das mal gerade. Ich gebe also den Suchbegriff ein, kriege jetzt einen Link, den ich einfach weiter schicken könnte. Und wenn dann der Rezipient diesen Link erhält und anklickt, dann bekommt er diese kleine Vorführung. Und da wird ihm nochmal erklärt, wie Google funktioniert. Lass mich das für dich googeln. Ich habe ihm das jetzt also komplett abgenommen. Ich finde das ganz witzig. Das gibt's natürlich auch in anderen Sprachen. Und wofür das so alles benutzt wird, das kann man hier auch im Livestream benutzen, beobachten. Denn hier wird gezeigt, wer denn diesen Dienst derzeit gerade benutzt. Probiert's einfach mal aus unter lmgtfy.com. Let me google that for you. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei support.net surft. Und ich sage tschüss. Vielen Dank.